Monokulturen sollten abgeschafft werden, weil sie anfälliger für Plagen, Schädlinge, Seuchen, was auch immer sind. Wie zum Beispiel der Borkenkäfer, der zerstört diese Fichtenmonokulturen. Da könnte man dann auch stattdessen Mischwälder bauen. In den Ländern, in denen es CO2-Steuer gibt, halten sich die Firmen zurück mit der Produktion von CO2 und anderen Treibhausgasen. Während in Ländern, wo es keine CO2-Steuer gibt, einfach alles in die Umwelt geschossen wird. CO2-Steuer sollte wirklich überall eingeführt werden und nicht nur so, dass sie dann fixe Geldbeträge zahlen müssen, sondern dass sie dann wirklich prozentuell mehr zahlen müssen, je nachdem wie viel CO2 sie produziert haben.